Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 713 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. iRig Creator Series, OnePlus 7T Pro, Kick Switch und Mike Ibarra, wenn ich es dann richtig ausgesprochen habe. Ja, wo will ich beginnen? Bei der Creator Serie. Genau, heute gibt es zwei neue Produktvorstellungen, respektive iK Multimedia hat die neuen iRig Gadgets vorgestellt. iRig, die gibt es schon lange, die Serie. Ein Handmikrofon, das habe ich seit vielen, vielen Jahren, auch ein aufstecktes Mikrofon, ein ganz kompaktes für ein Smartphone. Und ich habe so einen Adapter für XLR, Mikrofone und ähnliche, also Instrumente an einem Device zu montieren. Und die haben jetzt eine ganze Reihe neuen Produkten vorgestellt. Aufsteckmikrofon, die via Magnet dran kleben, ein Shotgun-Mikrofon etc. Wer sich für Gadgets, vor allem auch eben für Audioaufnahmen oder Videoaufnahmen, die durch Audioaufnahmen begleitet werden, interessiert, sollte sich das anschauen. Auch generell für Podcaster eventuell interessant. Es gibt eine Streaming-Lösung aus dem Hause. iRig Stream nennt sich das Ganze. Ja, weiter. Und da ist das zweite Produkt, was ich vorhin angesprochen habe. Heute vorgestellt wurde das von OnePlus, das 7T Pro. Und ja, was ist das? Das ist das Pro-Modell des im Frühling schon vorgestellten Smartphones. Witzig, dass das jetzt hinten nachkommt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Unterschiede relativ gering ausfallen. Vor allem auch gewisse Hauptmerkmale wie bei der Kamera sind so ziemlich ähnlich wie eben beim Vorgängermodell. Wer sich da einen genauen Einblick in die beiden Modelle haben möchte, in unseren Show Notes haben wir einen Link dazu, wo das schön aufgebrezelt ist. Und das gerade schön aufgezeichnet ist, wie die beiden Smartphones sich unterscheiden. Kik, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir das hier in der Daily mit drin hatten, ist ein beliebter Messenger von Kindern unter anderem. In den Staaten sind allein 40% der Nutzer Kinder, die das Ganze nutzen, um miteinander kommunizieren, ohne dass sie eine Telefonnummer haben und das Ganze dennoch schön anonym halten können. Logischerweise gibt es auch immer die Gegenseite, sprich irgendwelche Menschen, die eben da nicht drin kommunizieren sollten. Vor allem nicht mit den Jugendlichen zusammen, das ist eine andere Geschichte. Und der Messenger hätte ja eingestellt werden sollen. Zumindest hat das die Plattform verkündet und man wolle sich auf die Kryptowährung, die sie da am entwickeln sind, voll und ganz konzentrieren. Und anscheinend hat die Community, die ja mittlerweile schon auf 300 Millionen, glaube ich, angewachsen ist, rebelliert. Und jetzt könnte es so sein, dass Kik zum Verkauf steht. Also die Messenger-Geschichte davon zumindest. Und ja, mal schauen, wer sich das kauft. Facebook und Co. sind ja nicht so für anonym. Mal schauen, vielleicht gibt es jemand anderen, der sich da bedienen kann. Zu guter Letzt, oder besser gesagt, jetzt habe ich noch zwei Gaming-Neuigkeiten. Es gibt Zahlen von Nintendo, was die Switch betrifft, nämlich auch europäische Zahlen. Und es ist so, dass die Switch bis und jetzt, also bis und mit heute, oder vorgestern besser gesagt, wo die ganzen Zahlen kommuniziert wurden, die Switch 10 Millionen Mal verkauft wurden in Europa. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr, ist es 30% mehr als eben im Vorjahr. Das könnte unter anderem auch an der Switch Lite liegen, die jetzt gerade neu im Verkauf ist. Und auch gibt es Zahlen zu Nintendo-Spielen, die wurden auch im gleichen Zeitraum, also in diesem Jahr bis und mit aktuell, 36 Millionen Titel runtergeladen. Also da hat jeder von den 10 Millionen 3,6 Spiele irgendwie, oder? Kann ich rechnen? Ich weiss nicht. Ihr könnt mir ja dabei helfen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit aus dem Bereich Game von Microsoft. Das Xbox-Team ist ja eigentlich ein sehr eingeschworenes. Die Leute, die da so drin sind, Phil Spencer und der Larry und wie die ganzen auch immer heissen, die sind schon ziemlich lang dabei und ein eingeschworenes Team. Und einer dieser verlässt die Truppe nun. Und das ist eben der Mike Ibarra, wenn man ihn dann so ausspricht. Der möchte, wo er hingeht, weiss man noch nicht, aber es soll anscheinend wieder was im Bereich Gaming sein. Wir dürfen gespannt sein, wo er aufschlägt und vor allem, wer an seiner Stelle dann natürlich bei Microsoft nach vorne kommt. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für diesen Freitag habe und somit auch für diese Woche. In der nächsten Woche ist der Achim wieder für euch da. Und ja, ich würde sagen, euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Genießt ihn und anschließend dann auch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.